Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Pharma's Dynasty. So, ich bin jetzt alleine ohne euch meinen Anhänger nach Hause fahren gegangen. Was? Ihr wisst schon, mein Anhänger steht jetzt hier. Ja, sehr schön. Es ist ein Drehschemel und ich mag die eigentlich gar nicht. Na super. Genau, was mache ich denn jetzt am besten? Ich werde erst mal gucken, Essen ist in Ordnung, also meine Nahrung und Schlaf ist auch erst mal okay. Okay, Milch habe ich zwei kann. Ich glaube, ich kann die verkaufen, oder? Oder ich gucke erst mal, was ich damit vielleicht noch kochen könnte. Das wäre vielleicht erst mal die erste Option. Stimmt, ich habe ja überall die Türen aufgelassen, aber ist ja nicht schlimm. So, dann kochen wir mal kurz. Ich schaue mal. Ah, ich habe sogar Honig. Dann kann ich mir Dosen... Kann ich nicht, weil... Moment, Honigglas. Milchei. Honig habe ich doch, glaube ich, unten im Keller, sozusagen. Aber wie kann ich denn die jetzt hier kochen, die Rezepte? Achso, kann ich nicht, weil ich meinen Honig noch nicht drin... Wartet mal, ich gehe mal meinen Honig holen. Ich habe doch Honig, glaube ich, in einer Dose hier drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Muss man die aber... Bewege in dein Inventar, genau. Oh, ich habe noch einen Fisch. Vielleicht will ja mein Kätzchen noch einen Fisch haben. Genau. So. Und dann muss ich eigentlich auch angeln, ne? Ich brauche wieder ein paar Fische. Ja, hier, pass mal auf Honigglas. Äh, ne. Honig, was? Honigeis. Ach, Honigeis. Ha. Honigglas. Ich mal wieder. Ja, cool. Leckeres Gericht gemacht. So. Mal schauen. 85. Wow. Sehr schön. Gut, dann koche ich noch mal die Eier. Dann kann ich die... Ach, jetzt habe ich wieder nur auf eins geklickt, ne? Mann. Alles gut, Fanny. Krieg mal hin. So. Ich muss ja hier den Balken dementsprechend... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sehr gut. Und was ist jetzt hier mit der... Ach, Dosenmilch. Ich glaube, mehr Dosenmilch habe ich dann nicht, ne? Doch, da kann ich auch mehr machen. Hä? Okay, nicht schlimm. Alles gut, Fanny. Alles gut. So. Perfekt. Also, jetzt habe ich aber nichts mehr, ne? Ne, das... ... ... ... ... ... Wo bist du? Da. James, hast du Hunger? Ähm. Genau. Ja, da freust du dich, ne? Okay, super. Ähm. Das Gericht werde ich behalten. Und den Rest werde ich verkaufen. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ähm. Ich gucke... Ja. Alles gut. Nein, ich muss... Oh Gott. So. Dann gehe ich mal schnell. Äh, Dingens. Ja. Ihr wisst schon. Verkaufen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, ich muss was verkaufen, mein Freund. Ich brauche Kohle. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ganz viel Geld, mein Freund. Ganz viel Geld. So. Also, 41... Ähm. 203. Ja. Ja. Äh? Warum ist da nur 7? Moment. 9. Ah, ne. Ist ja 80. Ich hab's ja schon verkauft. Alles gut. Drei. Ja. Und dann nochmal die... Ne, wartet mal. Da mach ich mal... Ähm. Nur 4. Ne, 5. Ist okay. Ist okay. Dann behalte ich... Ach komm, ich hab das Essen. Ich hab das... Ich hab das Gericht. Alles gut. Dann mach ich das so. Ähm. Gib mir mal die Würstchen. Die brauche ich nämlich. Kaufe ich... Kaufe... 5,9 Euro. Genau. Da muss man so aufpassen, ne? Ah, Dosen Paprika. Guck mal. Ich brauche... Ich brauche irgendwann mal hier die Schaufel und so. Und dann gibt's ja hier was mit Drohne. 1200. 5... Oh, die große, ne? Ah, die kleine müsste doch eigentlich reichen, ne? Ach, guck mal, 1000. Das ist aber ganz schön teuer, ey. Ja, das muss leider warten. Okay, super. So wartet mal. Jetzt kann ich ja mal hier mein, ähm, Dingens mal wegmachen. So, was haben wir denn hier jetzt? Ähm. Ein Missstreuer. Okay. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Flüge das Feld. Da kriege ich Kohle, wenn ich das mache, wahrscheinlich. Sämaschine ist auch noch wichtig. Okay, ähm. So, was haben wir jetzt hier? Transport. Okay, da waren wir aber in der letzten Folge. Ähm. Heuwang ist auch eine gute Option. Was haben wir denn hier? Ach so, Missstreuer. Warum ist eigentlich das hier bei ihr angemarkert? Also, so, so gelb. Hier komme ich irgendwie nicht ran, weil... Doch, jetzt. Dünger. Dünger ist auch wichtig. Oh, Mann. Gut, ähm. Okay, pass auf. Ich werde jetzt mal versuchen, mal meinen Traktor zu waschen. Ich meine, ich mag das, wenn es so richtig geil dreckig ist. Aber es gibt ja noch mehrere Optionen. Na, ihr kleinen Süßen. Ähm. Ich kann ja wohl hier in der mittleren Scheune... Also, hier, ähm, Scheune, Garage oder wie auch immer. Kann ich ja wohl sämtliche Sachen machen, wie Traktor umlackieren, säubern, tanken. Wir probieren es mal. So. Enter. Ah. Deine Maschine, Jack BFC, gefüllt, 28. Ja, ich muss unbedingt Kraftstoff kaufen, ne? Aber ich habe noch was auf Lager, sehe ich gerade. Okay, ähm, also ich habe 40 Liter noch auf Lager und 28 habe ich gerade drin. Und mein Tankvolumen für meinen Traktor ist 46 Liter. Ja, super. So, dann könnte ich einmal tanken, einmal Fahrzeug waschen, Kraftstoff auf Lager 40, genau. Umlackieren. Red, green, blue. Achso, das... Ah. Ich verstehe. Ah. Okay. Okay, cool. Erneuern und frisch anmalen. 500? Vergiss es. Ich werde nur waschen. Ist der jetzt gewaschen? Ja, der ist halt, der ist halt ganz schön hinüber, ne? Wartet mal. Also gewaschen habe ich, ne? Ich hoffe, ich habe nichts gesehen. Ja, doch, die Reifen sind sauber. Der ist gewaschen. So, was habe ich jetzt an Geld? Abschleppwagen rufen. Ja, Mann. Achso, nee. Achso. Ah. Wartet. Ich verstehe. Ähm, wo ist denn mein Auto? Dann werde ich jetzt mein Auto mal holen. So, hier ist mein Pick-up, ne? Genau. Ah, ich muss da rauf. Wartet. Guck mal. Der ist immer noch hier. Oh mein Gott. So. Abschleppwagen rufen. Ja, da ist er. Schön. Das hat mich jetzt aber ein bisschen Geld gekostet. Aber ist nicht schlimm. Ja, cool. Mein Auto ist wieder da. Sehr schön. So, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Da. Hier ist meine Dingens. Ähm. Ich müsste mal in die andere Richtung fahren. Wie viel, wie viel Tank habe ich denn für den hier? Ne, wartet. Hier siehst du. 92 Prozent. Oh, super. Oh, super. Wartet mal. Ich packe mal kurz hier. Ach, das war falsch. Verdammte Scheiße. Egal. Ähm. Scroll mal raus, weil... Ah, diese Maus. Ähm. Ne, einen Getreideanhänger kann ich sowieso nicht. Ich komme nicht an meinen Traktor. Ah, ist egal. So. Ähm. Ich wollte nämlich eigentlich noch mal gucken. So, ich mache mal das Ding hier zu. Äh. Gewächshaus, wisst ihr? Gewächshaus. Ne, da lang. Hier lang. Oh Mann. So. Naja. Also immer, wenn man sich neu einloggt, habe ich so das Gefühl, muss ich immer neu Wasser, ähm, geben. Ja, noch ein Stück. Stopp. So, meine kleinen Blümchen hier. Alles klar. Ups. Okay, super. Auf zum Pickup. Dann würde ich nämlich tatsächlich mal versuchen, heute mal den Hund irgendwie zu kriegen, aber... So, weil wir fahren ja jetzt Richtung Süden so ziemlich. So, Tempomat bitte anmachen. Danke. Oh wow. Ganz schön schnell hier unterwegs. So. Also ich hoffe, der Hund ist hier irgendwie auch am... Das ist mir aber echt zu schnell, ne? Mit dem Auto. Ähm. Ups. Ähm, ich hoffe, der ist wirklich am Wegesrand irgendwo. Das ist mir irgendwie zu schnell mit dem... Tempomaten. Den sehe ich doch gar nicht. Also wenn ihr den Hund seht, dann könnt ihr mir ja mal gerne dann in den Kommentaren mal schreiben. Ähm, bei welchem Nachbarn oder so in der Nähe, ne? Oh, guck mal, hier wird geangelt. Wollen wir auch mitangeln? Eigentlich wollte ich den Hund suchen, ne? Ah, ist egal. Komm. Kann ich ja mal ein bisschen... Ein bisschen flirten oder so vielleicht. Da sind sie. Grün. Calvin, wolltest du nicht eigentlich auf See, mein Freund? Guten Tag. Guten Morgen, mein Freund. Ähm. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Hm. Das ist alles, danke. Entschuldige, ich trinke gerade ein bisschen Kaffee nebenbei. Ich bin beschäftigt. Ja, ich weiß. Hör mal auf damit. Dann werde ich auch mal angeln. Benutzen. Ähm, genau. Ach so, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, wo die Flüsse sind. Das ist schlecht. Oh, die hat aufgehört. Wartet, 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 wartet. Nix mit angeln. Angel einziehen. Los, hol die ein. Hol doch die Schnur ein. Dankeschön. So. Ähm. Genau. Sprechen mit Becky. Ja, hi. Guten Tag. Äh, Emily. Guten Morgen. Ähm. Du siehst heute wirklich wunderschön aus. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Oh, das scheint mich ein bisschen mehr zu mir. Guten Morgen. Ähm. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Es ist jetzt nicht die hübscheste, aber... Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Ich hörte, dass jemand Neues da ist. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Hey. Ich habe dir gerade Komplimente gemacht. Ich probiere es noch mal. Du siehst heute wirklich wunderschön aus. Schön zu hören. Danke dir. Sehr gern. Okay, Emily. Mit Emily. Wartet mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, okay, okay. Gut. Denn der, ähm... Lutz hat mir geschrieben. Ich soll darauf achten, wie die Smileys über ihren Köpfen sind. Schön. Hat funktioniert. Ich bin ein Stückchen weiter. So, aber wie gesagt, Hund. Hund wäre eine schöne Sache. Also Richtung Süden fahre ich auf jeden Fall. Da rennt jemand. Um sein Leben oder was? Okay. Hoppala. Ich finde es voll schön, dass hier auch so ein bisschen Leben im Spiel ist. Ja, das ist so... So wunderbar. Jetzt fahre ich aber schon... Ach, Hund, Hund. Wo bist du nur? Wo bist du nur? Jetzt fahre ich ja eigentlich Richtung Osten, ne? Mehr oder weniger. Aber ich könnte... Wartet mal. Ich könnte auch mal hier lang fahren. Oh, Pilze. Pilze. Kommen wir sie mal ein. So. Oh Gott, ist das manchmal... Es tut mir leid, ne? Wenn euch so ein bisschen schlecht wird hier. Wow, Pilz. Ähm. Weil ich manchmal hier mit der Maus ganz schön hin und her wackel. So, aber ich fahre jetzt Richtung Süden, Leute. So. Denn ihr habt mir ja geschrieben in Richtung Süden. Was ist das denn? Ach, Erdbeeren. Super. Hm. Die nächsten Pilze. Da ist doch cool der Weg hier offensichtlich. Ich kriege mal eine Menge Pilze. Und Erdbeeren. Sehr gut. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Muss ich mir mal merken. Aber ihr wisst ja, wie es ist mit meinem Merken, ne? Da bin ich. Okay. Bei Sam. Alles klar. Ach, eigentlich muss ich mir das aufschreiben. Oh. Äh, andere Seite. Und da vorne habe ich auch gleich eingesehen. Dann nehme ich den gleich mit. Hier auch fügt. Also eigentlich möchte ich mich jetzt auch nicht so wirklich, ähm, also nicht so wirklich querbeet fahren. Weil ich habe Angst, ich bleibe hier wieder irgendwie hängen oder so. Aber andererseits gibt es ja noch eine Menge Kisten, ne? Die Skil zu finden. Wartet mal. Ich warte mal hier halten. Einfach nur so aus Spaß. Bleib doch mal stehen. Gehe ich einfach mal kurz ein bisschen gucken. Ja, ja, ja. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Da, wo ich geangelt hatte, gibt es wohl auch in der Nähe, ähm, eine Kiste, wurde mir gesagt. Oh, Mann. Habe ich mich jetzt erschrocken. Mein Wecker ist gerade angegangen. Okay, also. Ich sehe aber echt gar nichts, ne? Ist da unten vielleicht irgendeine Kiste? Die sollen ja auch sehr gut versteckt sein, stellenweise. Okay, aber hier so an den Steinen ist nichts, okay. Und schade, dass man den Hund nicht auf der Karte irgendwie sieht, ne? Nee, hier ist aber auch nichts. Jetzt gehe ich mal ganz kurz auf diese Seite. Mal schauen. Weil hier gibt es so viele... Guck mal, diese ganzen Steine da. Vielleicht gibt es ja da eine Kiste. Guckt euch mal die... Die Gegend an. Ist die nicht wunderschön? So. Gott. Krass. Cool. Was ist das hier eigentlich? Also wenn hier keine Kiste ist, dann fress ich einen Besen. Naja. Aber ohne Borsten, ja. Ja. Okay. Entschuldigt. So. Ganz viele Steine. Ich gehe mal auch hier unten gucken. Bergbau kann man hier nicht betreiben, ne? Ich meine ja nur. Huch. Nee, das... Hoppala. Okay. Nichts. Meine Stimme, ey. Wirklich. Ich fühle mich auch wieder heute ein bisschen krank. Ich weiß auch nicht. Also sehen tue ich leider nichts. Da sind ganz viele Steine. Okay, aber ist sie hier wirklich keine einzige Kiste? Ich hätte schwören können, hier ist vielleicht eine Kiste. Versteckt. Aber die sind immer an den gleichen Orten, ne? Das... Also ich meine jetzt an den gleichen Stellen, oder? Aber... Ja. Nicht, dass es irgendwie hier so ein bisschen... Random ist oder so. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Okay, aber ich sehe wirklich nichts. Also ich habe jetzt nichts gesehen, oder? Ich bin schon wieder an sämtlichen Dingen vorbeigelaufen. Aber ich glaube eher nicht. Hm. Na gut. Dann steige ich mal wieder meinen Pick-up. Dann fahren wir jetzt einfach weiter. Wird ja auch wieder bald dunkel, würde ich sagen. Ja, Hundi, wo bist du bloß? Mein Freund. Jetzt war ich hier schon... Eigentlich müsste ich da lang. Okay. Dann drehen wir mal. So, Richtung Süden. Ihr habt mir immer gesagt, Richtung Süden. Immer ein Stückchen weiter ist der Hund. Oh Gott, Fanny, du machst jetzt hier kein Blödsinn, oder? Doch, Fanny macht Blödsinn. Oh Gott. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ach je, ach je. Ja. Dankeschön. Oh, ist das übel. So kann man natürlich auch sein Geld verlieren. Definitiv. Ah. So. War hier nicht noch ein Pilz, irgendwie? Da. Genau hinter mir. Das sieht hier so wunderschön aus. Ja, Richtung Süden. Genau. Oh Mann. Gut, meine Lieben, da würde ich mal sagen, war es das auf jeden Fall für heute? Ich habe den Hund natürlich nicht gefunden. Wer hätte das gedacht? Wo ist denn jetzt schon wieder mein Pickup? Wo ist denn jetzt schon wieder mein Pickup? Ach, Fanny. Ach, Fanny. Ach, Fanny. Ach, Fanny. Und dann werde ich in der nächsten Folge wieder ein paar Aufträge machen. Na, ich brauche ja noch ein paar Maschinen auf jeden Fall. So was sagt er mein Essen. Mein Essenverhalten hier. Nimm dir mal eine Wurst. Es geht um die Wurst. Warte mal, da sind ein paar Leute. Ist da auch eine Frau bei? Hi. Pablo. Hallo. Den kenne ich auch noch nicht, glaube ich. Oh, bist du es wieder? Oh, kenne ich ihn doch schon. Okay, schönes Wetter, ne? Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Schade. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Ich sehe nicht mal mehr fern. Danke. Wir sehen uns. Okay. Hi. Chloe. Lasst uns reden. Oh. Guten Tag. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Ähm, jetzt habe ich natürlich nicht, ähm, warte, ich mach das gleich. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Äh. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Ach, verdammt. Okay, ähm. Noch nicht. Entschuldigung. Hast du deine Aufgabe erledigt? Mann, ich wollte doch mit dir reden. Echt? Hatte die einen Auftrag gehabt? Habt? Tatsächlich, das war dieser Auftrag hier unten. Ach, du Scheiße. Okay, und das muss ich da oben hin. Wartet mal, aber ich gehe mal hier zu dieser Bushaltestelle, glaube ich. Ja, komm, dann machen wir das nochmal schnell. Lass ich jetzt mein Pick-up mal hier stehen. Ach, ist das doof. Ja, gut, ich wusste das jetzt nicht, dass ich da bin. Hi, Pilz. Hi, du kleiner Pilz. Ach so, Baumstumpf. So, dann fahren wir mal ganz kurz Bus. Ich wollte eigentlich nur die Dame erobern, wisst ihr? Pablo und seine Frau ausspannen. Seine Frau ausspannen. Oh Mann. So. Okay, wartet mal. Wo muss ich jetzt hin? Hier oben irgendwo war das, ne? Genau, das war dann hier. Ich glaube, da nehme ich die Bushaltestelle. Gut. So, einmal Enter drücken. Die hier. Dass man es ja nicht auf der Karte sehen kann, ne? Ist auch ein bisschen doof. Also, hier Dollar oder sowas. Wo ist denn jetzt? Scheiße, kann ich da reinlaufen? Ne, will ich nicht. Hab Angst. Ach, ist es jetzt hier bei den Kelvin? Ich frage nur für einen Freund. Oh Mann. So. Danach kann ich ja von da wieder in mein Pickup steigen. Das ist echt cool. Nee, bei Kelvin ist es nicht. Kelvin wohnt ja woanders. Oh nein. Kann ich schwimmen? Ah, ich kann rüberlaufen. Wie cool. Warte mal, das ist doch jetzt hier der richtige Weg, ne? Ja. Da bin ich irgendwie noch so ungewollt an diesen Auftrag gegangen. Oh, was ist denn da? Wartet mal, ich gehe mal da gucken. Vielleicht gibt es da auch eine Kiste oder so. Ich meine, so ganz abwegig wäre das ja nicht, ne? Aber da vielleicht? Ah. Gibt es ja wohl nicht. Ist ja in Ordnung, ich habe es verstanden. Keine Kisten für die Fanny. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Du siehst doch ganz nett aus. Wer bist du denn? Janet. Guten Tag. Schön, dich zu sehen. So, Janet. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Ha. Ähm. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich frage erst mal diese anderen Sachen. Nein, im Moment nicht. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Danke. Ich nehme Janet. Die hat ein auffälliges T-Shirt an. Keine Blume ist so schön wie du. Nun, danke. Das ist nett von dir. Okay. Cool, cool. Oh, oh. Janet ist meine Auserwählte. Oh ja, Janet. Ich hoffe, ich finde sie jemals wieder. Weil die ist ja jetzt hier an dem Teich. Wartet mal. Sieht man denn irgendwo, wer wo wohnt? Das wäre so cool. Aber ich... Gut. Ich denke nicht. Janet, ich glaube, du bist meine Auserwählte. So soll es sein. Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall für heute. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ah, ja. Ähm... Ach so, nee, wartet. Ich deb. Ich muss es dann noch abgeben. Danach mache ich Schluss, ja? Ähm... Wo ist denn jetzt mein Pick-up? Wo ist mein Pick-up, Leute? Oh, Maus, ey. Die dreht sich aber auch nicht, ne? Ähm... Was heißt... Ach so, okay. Was heißt denn... Hä? Das habe ich ganz schön rausgescrollt. Ach, da ist... Dahinter, ne? Oder? Jetzt komme ich da... Ah, doch, ich komme hin. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Ah, schön. 230 und Sozialpunkte habe ich auch bekommen für 160. Ja, hi. So, meine Lieben, jetzt aber. Jetzt werde ich auf jeden Fall die Folge beenden. Ich bedanke mich für's Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich glaube, ich habe meine nächste Auserwählte. Das ist die Janet. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bist du bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und lasst du zum nächsten Mal.